Oh mein Gott, das ist awesome! Never, was? Wie warst du da die ganze Zeit? Doch! Ey, hinter dem Greenscreen ist auch das gute Versteck. Da war keiner. Okay, lass mal checken. Und dein Tisch hier? Nee, ne? Ah! Oh mein Gott, Alter! Hallo! Wir spielen heute Verstecken. Willst du mitspielen? Dann gib mir die Kamera, da machst du nicht mit. Das war meine Managerin, saucool. Hi, was geht? Willkommen zu einer Runde Verstecken. Wir sind heute im Saturn-Experion. Der Mo ist mit dabei. Der Tobi ist mit dabei. Und wir haben heute Richt... Oh. Lukas, Lukas, Witz, ey. Wir spielen Verstecken. Das letzte Mal warst du freundlich. Alle in meinen Kommentaren. Was ist mit Revi los? Wir spielen eine Runde Verstecken. Und ihr drei versteckt euch. Ich zähle bis 59? 69. S*** Zahl. Und dann... Tobi, ich hab nur... Dann geht's los auch. Hast du richtig zu Verstecken? Nein! Ja? Ja! Abonniert mich! So Leute, seid ihr ready? Ich bin eine Runde Verstecken. Zieh den Mondschutz an! Ich habe keinen Speicherplatz. Kann Clash of Clans... Pokémon Go lösche ich. 3, 2, 1... Versteckt euch! Nicht in dem Raum, Jungs! Hä? Den ganzen Saturn! Ich sagte in dem Raum und du warst mit den Augen zu? Hä? Okay, ich warte bis gleich. Hallo! Hallo! Zeig wohin, ey! Mo zum Racing Simulator. Da ist so ein Rennsimulator. Da gehen wir jetzt einfach rein. La la la. Die verstecken sich gerade im Saturn und ich suche die mit der Kamera. Oh! Du hast jetzt kurz ein bisschen Zeit, sag ich mal, deine persönliche Meinung zu geben. Real Talk! Was ist das denn? Irgendwer vor der Tür? Der zeigt Pies. Jetzt muss hier so ein Pingelgeräusch eingefügt werden. Oh, hier hinter dem Tresen. Diggerbeste Versteck, Alter. Ja, warte. Sollen wir nicht vielleicht verschiedene Verstecke? Hä? Ich checke hier gar nichts. Wo bin ich denn? Warte, ich zeig's euch. Warte, warte. Okay, dann. Alter, was ist das denn? Ey komm, der sucht schon, ne? Okay, ich such dir jetzt. Tschüss. So. Leine im Saturn, Alter. Die müssen sich hier irgendwo verstecken. Ich werd die finden. Moin. Ich werd die finden, sag ich mal. Wird nicht lange dauern, bis ich hier den ersten Kandidaten quasi gefunden habe. Also, ich sitze jetzt auf dem Klo. Hallo! Brauchst du Kaffeezucker? Was brauch ich? Kaffeezucker. Nee, grad nicht. Desinfektionsmittel? Nee, auch nicht. Doch, das nimmst du. Sieh jetzt im Mund schon so aus. Lukas? Was machst du hinter... Komm mal hinter dem Tresen jetzt hier weg, Alter. Was ist denn mit dir? Gut, dann suchen wir jetzt Mo. Komm, wir suchen alle zusammen Mo. Wie hast du direkt hierher gefunden? Wie habt ihr geredet habt, ihr Idioten? Weil der rumgeschrien hat. Ja, der hat mich mit Desinfektionsmittel abgeworfen. Das stimmt nicht. Entschuldige dich jetzt hier in der Kamera. Wir suchen jetzt Mo zusammen. Let's go. Das ist da einfach hier außen rum liegen. Okay, ich glaub ich geh mal raus. Ich glaub der wird niemals auf dem Klo suchen gehen. Ist vielleicht ein bisschen unfair. Unsafe ist der hier unten. Nee, wir suchen einen. Wir spielen Verstecken. Wir haben den verloren. Er hat sich schon seit zwei Tagen versteckt. Ja. Also, er hat grad meinen Namen gerufen. Aber ich bin da nicht, wo er her ist. Na! Ja! Wer ist das denn? Wer ist denn der? Wer ist denn der? Der ist hier bestimmt. Wir müssen jetzt denken, wir müssen jetzt denken wie Mo. Also gar nicht. Also der ist ja nicht hier unten. Und hier unter so einem Table oder sowas kann der schon... Da oben! Da oben! Ich hab ihn gesehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat mich gesehen! In welche Richtung? Ich glaub hier. Ich glaub hier. Ich hab ihn gerade gesehen. Hey Bro, ich schwöre dir. Er ist hier irgendwo hingelaufen. Oh, ich glaub auch. Bro, wo ist der? Hast du ihn gesehen? Okay. Runde Nummer eins. Mo hat gewonnen. Das heißt Mo sucht jetzt. Nein, das macht gar keinen Sinn. Gib mir den Handy. Nein. Ich such nicht. Ich such nicht. Du suchst. Mo, dreh dich weg und moderier. Okay. Okay, Jungs, wir gehen safe runter. Ich weiß nicht, warum ich suchen muss. Weil ich hab eigentlich gewonnen. Ey, lass mal hier oben zum FIFA-Stand gehen. Ja, genau. Wir gehen hier oben zum Vodafone-Stand gehen wir. Aha. Wir müssen... Die verstecken sich jetzt unten in der unteren Etage. Wird super easy. Ey, wir sollten uns auf jeden Fall aufteilen. Oh, guck mal. Ganz hinten, Digga. Ich geh nicht wieder mit dir, Digga. Wegen dir hab ich letztes Mal aufgeflogen. 60 Sekunden, so wie immer. Ich werd mich hier einfach auf den Stuhl setzen. Und hoffen, dass Mone mich hier nicht sieht. Bro, lauf ich doch nicht hinterher, Mann. Nein, ich weiß. Stell dich einfach so daneben. Sieht man kaum. Perfekt. Loser. Also ich denk mal, unten gibt's gar nicht so viele. Gibt Verstecke. Ich weiß gar nicht, was die machen wollen. Hier oben kann ich ja jetzt rumlaufen. Weißt du denn? Alter. Hier hinterm Greenscreen. Der wird mich niemals finden. Lukas! Hier. Lukas läuft rum. Halt zum Haul. Boah, das ist gut. Das ist gut. Gönnt euch. Hier. Boah, Bruder. Ich häng jetzt hier so richtig bad unter so nem Tisch, Alter. Mega cooles Versteck hier, ey. So, ich würd mal sagen, in 20 Sekunden geh ich dich suchen. Mh, Mh, Mh. Mh, Mh. Man sieht mich gar nicht. Ui, Dodi. Man sieht mich hier einfach nicht. Boah, das ist echt eng hier drin. Ich glaub, ich muss kackern. Das ist eigentlich das dümmste Versteck von allen. Ich, also, ich möchte jetzt, dass ihr in die Kommentare schreibt, dass es unfair ist. Schreibt einfach unfair. Ne, ne, pass auf. Schreibt in die Kommentare. Unfair, Rehwi. Weil ich hab gewonnen, Alter. Warum muss ich denn suchen? So geht Verstecken nicht. Egal, ich geh die jetzt suchen. Boah, das ist echt eng hier drin. Ich glaub, ich muss schocken. Kommt Mo eigentlich auch und sucht, oder? Ich habe mal so einen Stuhl hier hingeschoben. Das ist da hinten, ich habe hier schon gesehen. Alter, hier ist es einfach viel zu dunkel hier unten. Wie soll man denn hier einen finden? Boah, ich kann gar nicht sitzen, Alter. Alter, lass auf. Nee, ich dachte, jetzt ist hier einer hinter dem Greenscreen. Aber es ist auch möglich, dass man sich hinter dem Greenscreen versteckt. Ich weiß nicht. Okay, hier ist keiner. Junge, hier ist es viel zu dunkel. Der hat den einen Greenscreen angeht, ausgecheckt. Aber mein nicht. Hallo, Eglein. Na, wo seid ihr? Boah, Leute, so heiß hier drin, ne? So heiß hier drin. Und hier ist der Stuhl hier. Mein Kopf ist da drauf. Das ist doch irgendwo einer sein. Hier laufen so Leute unten rum, das verwirrt mich. Hallo. Du bist gerade schon einmal hier vorbeigelaufen. Ja, hier ist es ja übel dunkel. Okay, Leute, wir suchen mit. Bis gleich. Ich habe legit keine Ahnung, wo die anderen sind. Ja, hier wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das wäre aufgefallen. Meinst du? Ja. Sieht man mich so? Ja. Nö. Also, warte mal, wenn ich von hier gekommen wäre. Boah, ich hätte, glaube ich, gar nicht drauf geachtet. Scheiße, hätte ich doch lieber machen sollen. Oh, ich glaube, er kommt gleich. Das ist gerade real talk, dass der Typ, warte mal, dass der Typ sich da vorne, der das steht, einfach bewegt hat, Junge. Ey, hinter dem Greenscreen ist auch das voll das gute Versteck, Alter, da war keiner. Okay, lass mal checken. Irgendwo müssen die ja sein. Das Problem ist, hier laufen halt auch andere Leute rum. Manchmal denkt man, das ist jemand, aber das ist nur irgendein Techniker, der unserem Tisch ist. Die kommen. Ey, safe hier, safe, safe, safe. Ey, das Ding ist, ich sehe nichts, wenn ich da rausgucke, wegen diesen Lichtern. Das ist so crazy, einfach rumzulaufen, oder? Ja. Oh, Junge, schade. Du suchst doch gar nicht, Junge. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, Junge. Ist das schlimm, Alter? Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass hier welche sind. Sicher, dass hier niemand hinter den Greenscreen ist? Ja, ich war hinter jedem. Hast du unter die Kirsche geschaut? Das wäre schlimm. Hä? Unter den Kirsche? Nein, ne? Ah! Oh mein Gott, Alter! Das ist natürlich ein Ratschmuch, der geht ab dem Greenscreen, aber in der Nähe habe ich nicht richtig geschaut. Alter. Jetzt müssen wir Lukas suchen. Okay, tschau. Okay, das ist nicht gereg. Ich setze mich jetzt einfach nur hier hin. Ach. So ein schönes Mal leben. Kann ja keiner sein, das sind ja Leute. Oh, es ist so insane, dass wir einfach umsachen. Oh mein Gott! Was denn? Never. Was? Niemals warst du da die ganze Zeit? Doch. Nein, schade. Lüge, Lukas. Leute, ich würd sagen, das war's von dieser wunderschönen Runde vom Verstecken. Checkt auf jeden Fall gerne bei Mo, Lukas und Tobi vorbei. Absolutes Trash-Video, aber muss auch mal sein. Ey, war cool! Und jetzt ist nächstes Mal 4 Stunden in Saturn. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heiß. Re-Video-Upload! Das war's von